hey leute na ihr fragt euch vielleicht auch was ist da los wieso gibt es jetzt plötzlich erst wenig videos und dann so viele auf dem mal ja ist daniel krank ich war es zumindest war nur am krächzen konnte über eine woche wirklich gar kein video machen und nichts machen und naja jetzt geht es langsam wieder und da habe ich lust und nachdem ich gestern das video gemacht habe wo ich eddies online liga serie kommentiert habe ist da natürlich ein sehr interessantes spiel dabei gewesen auch entsprechende kommentierung und da bin ich sofort motiviert und dass wir uns das noch mal anschauen gleichzeitig möchte ich die chance natürlich auch nutzen aber wieder erfolgserlebnis zu präsentieren und euch erneut einzuladen mensch tut uns und mir den gefallen wir haben auf dem skat freunde discord server inzwischen die 500 teilnehmer marke weit geknackt erstes ziel erreicht das ist großartig aber ihr könnt gerade in dieser trüben düsteren november zeit wo auch so ein bisschen dann mal leute im team krank sind wo die ganze produktivität irgendwie einfach ein bisschen sinkt wo irgendwie so ein bisschen die herbst depression ansteht da könntet ihr uns noch extra motivieren indem ihr auch mal so ein paar reactions zeigt ihr zum beispiel auf das was ich oder susan hier zum beispiel mal kommentieren präsentieren indem ihr da noch ein bisschen positiver drauf rein haut das motiviert uns wirklich und jetzt natürlich ist das nächste ziel wenn die 500 geknackt sind die 1000 also wer noch nicht dabei ist wer sich für das skat freunde projekt für die in der entstehung befindliche app interessiert wer den entwicklungsprozess von anfang an begleiten möchte oder auch einfach mit weiteren skat freunden hier easy im kontakt sein möchte mich uns unterstützen möchte klickt den link in der beschreibung tut nicht weh beißt nicht ist ein tolles community tool wir freuen uns auf euch so dann würde ich sagen jetzt bin ich bereit auch diese partie einmal anzuschauen man darf vielleicht die taktische situation nicht komplett aus den augen lassen also eddie saß mit dieser hand in mittelhand und der die beiden anderen mannschaften waren schon ein bisschen abgeschlagen und besonders schlimm bei uns am tisch hatte ist den spieler hier in hinterhand getroffen und ich hatte mir jetzt auch vorher überlegt mache ich das erst mit verdeckten karten aber da kommt gar nicht so viel mehr wert ich zeige mal gleich diese partie mit komplett offenen karten der spieler hier in hinterhand hat also hier einen eine sehr schöne ausgangskarte mit zwei bauern drei assen geschlossenen kreuz der spieler in vorhand hat im prinzip gar nichts kein volles außer den beiden alten wirklich nichts eddie hat hier in mittelhand zufällig diese fünferlänge karo und noch zwei bestellte zehner und natürlich war der spieler in hinterhand für 18 rangekommen hatte gar nicht schlecht gefunden ich glaube kreuz könig und dame also auch nicht premium aber passte ins blatt rein und hat sich das blatt jetzt in dem sinne erstmal sauber gedrückt mit pik und karo lusche und jetzt ist natürlich die erste frage er hat jetzt hier den gang gespielt und ist das eigentlich eine vertretbare entscheidung gerade oder sollte man das eher nicht riskieren wie groß sind die chancen eigentlich ich meine auf der haben seite sind drei asse eine flöte in kreuz und zwei bauern aber natürlich wenn du nur die beiden roten buben hast und eine farbe komplett fehlt du auch nur einen davon gedrückt hast auch pik 10 herz 10 also er hat ja tatsächlich nur vier volle da muss man natürlich sagen dass der gang schon deutlich schlechter ist als der kreuz das ist klar ich denke schon dass der gang wahrscheinlich irgendwie so eine 75 prozent vielleicht sogar ein bisschen mehr vielleicht 80 prozent siegschance hat der kreuz aber eben deutlich deutlich mehr denn natürlich hat der gang verschiedene risiken also alleine wie geht es weiter wenn etwa auf dem tisch pik lusche pik lusche oder pik lusche dame kommt und du wirst ins pik ass angespielt einfach nur die vollen hinziehen wird vielleicht auch nicht reichen du wirst auf jeden fall vier stiche dann abgeben deswegen musst du dir dann natürlich schon die frage stellen ob du den gang an sich nur bei verteilten buben mit buben raus gewinnen kannst und das ist logischerweise eine wette die ein bisschen häufiger als 50 50 klar geht aber eben nicht viel häufiger also so gesehen hat der krank sicher seine risiken ist deutlich schlechter als der kreuz dennoch sage ich nicht dass das nicht eine plausible entscheidung ist gerade wenn man eben in der mannschaft hinten liegt und außerdem eine gute 80 prozent chance oder was ich so gesagt habe die ist ja immer noch da und die gegner können ja auch fehler machen also es ist ja nicht so dass der gang jetzt richtig schlecht ist und man muss natürlich auch sagen der gang hat vielleicht eine etwas bessere schneider chance als der kreuz denn beim kreuz würde man ja auf jeden fall zwei trumpstiche abgeben sagen wir einfach im ersten trumpstich fallen da vier augen roter bauer dunkler bauer einer bleibt weg den setzte zweite trumpf dame wird vielleicht getaucht dann gibt man auf einem anderen roten bauern mit einer zehnschmierung kommen die gegner auf 18 und dann machen sie noch herz 10 dame normalerweise in einem stich kommen sie leicht auf 31 leicht vorher zu sehen dass da 31 drin sind beim gang mit der strategie hey wenn wir rankommen blasen einfach den bauern raus und die bauern verteilt kommen geben wir trumpf quasi auf jeden fall ein stich weniger ab also haben wir potenziell sogar eine etwas bessere schneiderschance als beim kreuz und dann ist halt der unterschied schon 96 potenziell gegen 36 also 60 punkte unterschied da kann man dieses risiko schon mal eingehen also von daher gar nicht komplett unplausibel diesen gang zu spielen obwohl eben mit null augen im keller sieht der hat man da irgendwie schon mulmiges gefühl sondern jetzt gucken wir uns mal die gegenverteilung an und obwohl die ja erst mal wie schon sagte vorhand wirklich nichts hat außer den beiden bauern ist die gegenverteilung gegen diesen krank natürlich super hässlich eigentlich worst case denn es ist sofort es ist erkennbar wenn der spieler hier erst mal die beiden buben abzieht was er ja könnte und dann von mittelhand auch sehr wahrscheinlich erst die herz 10 geschmiert bekommt die blank ist und zusätzlich noch genau die gegenfarbe zu der flöte mit karo ist danach auf den zweiten buben die pik 10 dann kommt karo dame dann werden die ersten sieben stiche an die gegner gehen der alleinspieler kann am ende noch seine drei asse einsammeln bekommt dann genau 34 augen die 36 die drei asse und die pik dame die hier noch übergeblieben wäre also ganz klar erkennbar 36 augen es steht wirklich worst case aber man muss auch wieder sagen das muss erst jetzt mal so sitzen alleine wenn du nur hier diese karten hände tauscht ist schon wieder nichts los dann selbst wenn hier der spieler dann in vorhand mit karo antritt wird erstmal gestochen und dann einfach über die dörfer gehen fällt sogar blanke herzen dann gewinnt der spieler schon wieder mit 80 augen oder was also mit anderen worten es ist nicht nur diese bauern 2 0 und karo 5 1 verteilung super nötig im worst case sinne sondern auch noch wie rum diese karten verteilt sitzen ja jetzt ging das spiel los und ich sag mal so ich glaube schon mit diesem blatt sollte man gegen einen krank buben ziehen und zwar wenn der alleinspieler in mittelhand wäre ist sicher der pik bube die absolut korrekte karte um dem partner anzuzeigen dass man die beiden alten hat der dann ja in hinterhand säße wenn der alleinspieler in hinterhand ist ist sicher der kreuz bube die korrekte karte pik bube wird sonst viel häufiger als einschub interpretiert da wird nicht geschmiert da wird vielleicht nicht die gegenfarbe angezeigt also kreuz bube schon richtig und danach einfach pik bube hinterher so in welchen situationen kann das an sich nur falsch sein okay es könnte ja mal ein gang ohne 4 sein aber selbst dann ist das meistens gar kein problem der partner behält danach immer noch einen weiteren buben und das mehr als dass beide buben verstochen werden könnten beim möglichen gang ohne 4 super unwahrscheinlich hier sind ja auch keinerlei farblängen da also ein buben abzuziehen wenn der gang ohne 4 spielt wäre auch eigentlich gar kein problem so wenn der alleinspieler ein buben hat und der partner auch ein buben dann könnte das in dem fall natürlich ein bisschen suboptimal sein aber bei der beikarte wird selbst dann wahrscheinlich nichts passieren im zweifel musst du sonst auch irgendwo reingreifen spielst du den alleinspieler an der spielt dann vielleicht selber seinen einen buben raus und dann hast du auch nichts gewonnen also von daher die situation ohne ein eigenes volles und mit zwei blanken einfach die chance zu haben genau so einen starken gang und der könnte ja sogar noch hier herzen oder peak 10 dabei haben also der könnte noch stärker sein einfach zu schlagen in dem die buben abgezogen würden und dann die hoffnung dass der partner eine lange farbe mit dem ass hat die dann kreuz oder karo idealerweise sind wo wir ein haben genau die eine übergabe das ist eigentlich eine chance die sich sag ich mal in der ersten liga kein keiner entgehen lässt aber wir haben jetzt ja hier in der online liga gespielt und zweite online liga ist ja nicht vergleichbar mit zweite bundesliga sondern das ist ja die mittel mittlere liga in dem online system also gut möglich dass hier oder sehr wahrscheinlich offensichtlich dass hier auch ein bisschen unbedarftere spieler sage ich zum einfach am start sind das spiel ist insofern jetzt auch sehenswert als der spieler öffnet tatsächlich gegen den gang mit der blanken kreuz acht gut wenn er den buben nicht zieht ist der zug nicht irgendwie aus meiner sicht nicht schlechter oder besser als als fast jede andere karte in dem fall ist es an sich für den allein spieler natürlich sehr gut er wird genau in seine lange farbe angespielt und vielleicht ist das gerade der zug der ihn jetzt hier so ein bisschen ja in sicherheit wiegt und auch jetzt tatsächlich dazu verleitet den einen buben auszuspielen denn was wäre passiert wenn peak zum beispiel rauskommt hätte er dann nachdem er speak assen wirklich den buben gezogen oder vielleicht doch einfach über über die dörfer gegangen wir wissen es nicht so jedenfalls ist es tatsächlich passiert dass hier der herzbube lag und es wurde auch korrekt mit dem peak buben mitgenommen und in dem moment bin ich hier natürlich auch sofort aufgewacht als kommentator ich war in der kommentator rolle das video verlinke ich euch einfach noch mal spiel 25 war das natürlich ist hier aus diversen gründen die herzen die naheliegende entscheidung erstmals ist eine blanke 10 die gerettet wird des weiteren zeigt sie die gegenfarbe das karo ass an und es ist ja auch klar dass der partner gleich mit dem kreuz buben noch mal hinzieht also oder hinziehen kann zumindest ob er das tut ist noch nicht klar aber so gesehen ist ja hier die herz 10 mit sicherheit die naheliegende karte so jetzt kommt eigentlich die spannende frage wir haben es auch schon anders gesehen schafft unser partner das jetzt den buben zu ziehen wenn er das schafft dann ist das ding ja meistens in trockenen tüchern und der partner zieht jetzt auch tatsächlich den kreuz buben bleibt die frage warum er es dann nicht gleich am anfang gemacht hat aber okay jetzt tut er das und jetzt kommt hier quasi der nächste auftritt von eddie oder kam der nächste auftritt von eddie und ja ich habe den einen kommentar hinterher gelesen den ich sehr interessant fand weil eddie tut natürlich die in der theorie mit sicherheit unbestreitbar stärkste karte da rein nämlich die peak 10 wir haben jetzt 28 und interessanterweise wenn ihm der allein der spieler in vorhand direkt die beiden alten gezogen hätte hatte ich ja schon gesagt dann kriegt er hinterhand im zweifel nur die letzten drei stiche mit 36 augen jetzt mit diesem verlauf wo er tatsächlich im ersten stich in seine starke farbe eingespielt wurde ist er plötzlich dort noch dichter am eigenschneider dran als vorher denn wenn jetzt eben karo kommt dann bleiben ja hier nur noch zwei karten über und dann muss der traurige allein spieler auf den letzten karo tatsächlich einen von seiner drei stehkarten peak als herz oder kreuz 10 noch abschmeißen und das heißt er müsste entweder sehr genau beobachtet haben wie abgeworfen wird das fällt aber in der geschichte meist ein bisschen schwer das heißt im zweifel ist das für ihn dann so ein bisschen rates spiel und wenn er dann also tatsächlich peak als oder kreuz 10 ab wirft auf den letzten karo dann kommt genau diese farbe hinterher und dann hat er plötzlich nur noch zwei stehkarten von denen er sich wieder entscheiden kann und so gesehen ist er tatsächlich jetzt eine ganze ecke dichter am eigenschneider dran als wenn direkt die buben gekommen wären so ja was ist aber jetzt passiert und das da war plötzlich natürlich sofort der der ofen aus und warum riecht das auch in der als gegenspieler so ein bisschen auf jetzt kam von hier die herz dame und da klappt dann hier sofort die karte ab und das spiel wurde schneider gewonnen und natürlich war eddie auch ohne dass wir ton gehört haben von ihm hat man schon mitbekommen dass ihn das ein bisschen auf die palme gebracht hat wen hätte es das vielleicht nicht es wird jetzt hier tatsächlich auch noch der einzig mögliche stich aufgegeben mit dem schneider frei immerhin drin war und ich sag mal der grund ist denke ich auch völlig verständlich als gegenpartei wenn du da siehst dass einer quasi so dreist ein stück weit den buben ausspielt also du hast einfach das gefühl da will jemand mehr punkte nehmen als ihm einfach zustehen minimiert nicht das risiko und geht irgendwie über die dörfer sondern spielt wirklich so ein all in zucht bauern kommen oder nicht und wenn dann die bauern nicht kommen und so eine farbbatterie aufgereiht ist dann willst du das eigentlich auch bestraft sehen und willst jetzt nicht selber hier im eigenschneider bleiben also das ist sicher einfach psychologisch ganz klar dass sich das wirklich auf die palme bringen kann und nächstes desto trotz hatte jetzt hatten wir einen kommentar und den finde ich einfach sehr interessant hätte nicht in dem wissen in der annahme dass wir hier mit etwas unbedarften mit spielern vielleicht spielen hätte nicht jetzt hier in diesen stich besser das karo as rein gehört ja eine sehr interessante fragestellung weil da sind wir wieder bei dem punkt der stärkere spieler muss im endeffekt wissen oder sollte alles versuchen um den vermeintlich schwächeren spieler das spiel so einfach wie möglich zu machen und ihn einfach an der hand zu nehmen damit der nichts falsch machen kann damit er kein bock missbauen kann im weitesten sinne und um das jetzt allerdings hier im vorliegenden fall zu beurteilen gilt es natürlich zwei fragestellungen erstmal zu klären erstens reicht denn also eine variante ist natürlich auch noch draußen wenn beide karos gedrückt sind dann gibt es gar keine übergabe dann ist das bananen aber die variante lag ja hier nicht vor die erste fragestellung wenn wir jetzt das karo as schmieren dann geben wir ja offensichtlich einen stich auf und wir geben auch offensichtlich die peak 10 auf und wir können jetzt wenn karo kommt nur genau viermal karo spielen und müssen da die letzten drei stiche abgeben und kann das dazu führen dass der alleinspieler vielleicht sein gang genau deswegen gewinnt das wäre natürlich super dämlich der mitspieler sagt vielleicht wieso aus den karo as rein hau doch pick 10 rein ich hätte sowieso karo gespielt und wir haben jetzt plötzlich nur 58 gemacht das heißt das müsste man einmal durch kalkulieren und das ist natürlich gar nicht so ganz einfach weil es natürlich auch möglich ist dass der alleinspieler vielleicht irgendwie volles gedrückt hat oder so also wir hätten nach dem stich 29 jetzt mal angenommen karo dame ist im keller und unser partner kann karo lusche spielen dann kommen wir hier nur auf 39 43 bekommen aber insgesamt muss man natürlich sagen noch sieben andere karten von dem mitspieler und dem alleinspieler und wenn der nun nicht gerade zwei luschen gedrückt hätte sondern die in der hand hätte dann ist es zumindest vorstellbar dass er das spiel dann auch noch knapp gewinnt ist ja klar er hat bisher einmal offen elf augen kriegt dann am ende die letzten drei stiche sagen wir mit pik as herz as und kreuz 10 34 11 plus plus 32 schon 43 die die 13 eigenen 56 also wenn er jetzt zwei bilder gedrückt hat dann langt ihm das schon nicht zwei luschen so mit anderen worten aus diesem grunde also das muss erst mal einmal überprüft werden und die entscheidung also die abwägung hier zeigt schon das könnte in dem sinne dann auch knapp werden dass es dann nicht reicht weil wir ihm hier wirklich noch 13 augen dazu geben müssen und die andere frage die man natürlich auch stellen muss wie viel klarer ist jetzt eigentlich dass karo als als die pik 10 denn an sich wenn wir jetzt in die karten von unserem mitspieler schauen es ist ja nicht nur so dass es jetzt hier um die gegen farbe ging die herz 10 ist ja an sich eine schöne schmierkarte kann aber auch gerade deswegen fehlinterpretiert werden dass das einfach nur als schmierung anerkannt wird und nicht als gegen farb anzeige aber mit der pik 10 und der herz 10 haben wir jetzt natürlich ganz klar auch bewiesen dass wir hier weder herz als noch pik as haben das ist ja wirklich relativ logisch kreuz war auch schon aufgespielt das konnte er die zwar nicht 100 prozent wissen dass der blank war aber dass die farbe in dem sinne auch schon angeklärt war war auch logisch sogar aus eddies sich natürlich vorstellbar dass der partner jetzt sogar noch kreuz 10 irgendwie erstmal zieht und dann ist es doch an sich völlig logisch nach dem herz 10 und pik 10 geschmiert sind nach dem ausschlussverfahren dass da eigentlich jetzt karo kommen muss weil die anderen farben ist es ja klar dass der allein schwer das ass hat und deswegen ist natürlich auch diese schmierung aus meiner sicht völlig in ordnung und völlig plausibel weil sie eigentlich keine sehr große schwierigkeit mehr beim partner hinterlässt und man kann sich dann natürlich genauso gut fragen ja und wenn ich jetzt eben stattdessen karo ass schmiere spielt der partner nicht dann vielleicht trotzdem irgendwie pik lusche und spielt mir noch die pik 10 kaputt denn wenn nach dieser stichfolge jetzt nicht karo trifft dann kann man vielleicht ein stück weit wirklich davon ausgehen dass das ein sehr unbedarfter spieler ist der einfach mehr so aus spaß ein bisschen da in die karten reingreift und gar nicht so den ganz tieferen plan da verfolgt und deswegen würde ich sagen interessant ist auf jeden fall an der stelle einmal inne zu halten wenn man hier schnell spielt an der stelle ist es ganz logisch herz 10 pik 10 und dann erwartet man dieses karo einspiel man sollte an der stelle vielleicht zumindest mal kurz drüber nachdenken ob es wirklich hilft hier das ast zu schmieren die situation ist natürlich so selten dass die nicht mehr sehr häufig auftreten wird aber analoge ähnliche situation wird es immer mal wieder geben diese abwägung muss man dann für sich finden ja und ansonsten kann einem das eben passieren dass man tatsächlich mit dieser aufgereihten batterie dem partner droht eigenschneider dem gegner allein spiel droht eigenschneider nach fortsetzung herz dame plötzlich hier ja gar nicht so richtig weiß was man dazu sagen soll und dann selber schneider geworden ist naja es lebe der skat nur da sind erfolg und misserfolg sage ich jetzt mal so dicht beieinander eine karte beieinander ich meine es war immer eine rote damen vielleicht hat das spiel das sich auch nur verzogen wer will es wissen ich weiß es nicht auf jeden fall interessante partie aus meiner sicht hoffe es hat euch auch spaß gemacht und wie gesagt vergesst nicht mal den link zu klicken und den skat freunde discord beizutreten und ja damit wünsche ich euch jetzt einen schönen rest sonntag heute abend sehen wir uns hoffentlich auch wieder im live stream also toi 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 bleibt gesund macht's gut bis später